und jetzt bereite ich dich mal vor mit der pflege diese grundlage nehmen wir jetzt für das make up beziehungsweise das ist jetzt auch eine pflegegrundlage der firma unique hier das ist jetzt nicht unbedingt fürs make up sondern ganz generell eine sehr potente pflege hier ist es so dass ist bio verfügbares coenzym q10 ok das sage ich dir mal einmal coenzym q10 hat auf die zellenergie siehst du das ist richtig geil einen ganz starken einfluss und das coenzym q10 neutralisiert die freien radikale das bedeutet jetzt du rauchst du sitzt in der sonne du trinkst alkohol und mit den jahren hast du immer weniger coenzym q10 auf der zelle und wenn du das dem körper jetzt zuführst durch deine ernährung und auch noch mal durch die kosmetik sitzen die ganzen coenzym q10 moleküle immer auf deiner zelle und dann kommt zack das freie radikal und das wird durch das coenzym q10 neutralisiert okay das ist das was das macht ich trage dir das jetzt mal auf unser zelllift du merkst auch dass das ein total schönes gefühl ist das riecht schon gut könnte es auch nehmen wir eine neurodermitis hast da ist hoch und niedermolekulares hyaluron drin das heißt es geht in verschiedene hautschichten dann ist da panthenol drin das wirkt ja immer ganz hautberuhigend das kennt eigentlich auch fast jeder inzwischen schon von reden sondern hat es sehr angenehm ist total schön es riecht auch immer so richtig erfrischend ganz angenehm dann hattest du mich ja gefragt nach dann nach augenschwellungen und du kannst natürlich auch haben wir von unique auch ein produkt unsere augen lippenmaske das mit einer augen lippenmaske machen hier da ist auch hyaluronsäure drin und das trage ich dir jetzt mal auf du brauchst das nicht ständig du kannst es auch drauf lassen auch wenn das maske heißt du musst das jetzt nicht abwaschen das sind alles konzentrate also man braucht da nur ganz wenig von obwohl ich jetzt echt nicht viel genommen habe glänzt du ja auch schon wirklich das ist halt wirklich eine ganz intensive pflege